Und ohne jemanden zu grüßen oder auch nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme, Die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um. Geh weg, du Hexe! Verließ den Saal. Oh, alle waren erschrocken. Da trat die Zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte. Moment mal, wieso denn zwölf?